Er schießt hier nach vorne und hat dann den Furtherr auf seiner Seite, 3.4.30 den Furtpumpf schon rausgefallen, auf Platz 1 unterwegs. Das war richtig gut, was er uns gezeigt hat. Zweiter Platz dann hier für... ...und weiter geht's. Noch ist das Fahrzeug im Rennen dabei. Noch ist er drinnen in diesem Lauf. Na, naja, naja, naja. Jetzt ist der Rennen dabei. Du bist halt 613, wirklich? Naja. Du bist ja auch dran. Komm. Die Städte haben wir Cadillac verkehrt. Die Städte sind vorhanden. Die Steiger sind gewonnen und die Städte der Flote sind ein bisschen Gras. Wir haben die Höhepritte, wir sind jetzt mal Platz-Einzeitsfahrer, Racing Team, Racing Team Alphars aus der 2, Stoppe Team Extreme auf der 3 und die Muskelkrieger Helmhütte, Martin Schnee auf der 4 und wir sind hier um die Simla. Dönes Rettung, alles in der 1. Klasse.